Jetzt läuft gerade in dem Moment, wo wir die andere Route legen, die Route an der Spunnenwand ab. Hey Leute, was ist das für ein Start? Hiss, Hiss. Jucke und ich verweilen hier eine Nacht unter einer Brücke. Megamann. Ich möchte euch kurz erzählen, was ich hier für ein Setup mitgebracht habe. Geil, Mann. Ich hier ein Vollguiding von Daniel. Hammer. Easy, Alter. Kann er. Für mich war es das erste Mal, dass ich vor der Kamera stehe. Bin komplett fertig. Das Teckel ist gepackt. Schaut euch mal dieses Ü-Ei an. Ist auf jeden Fall ein großer Fisch. Absolut fett. Absolut fett! Vielen Dank.